Wenn wir wenigstens mal was sinnvolles fallen lassen würden, wo nur Ausdauer und Inkel drauf ist, dann brauche ich... Nichts anderes. Ausdauer, Inkel, scheiße auf Willenskraft. Für PvP eh uninteressant. Man überlebt einen Kampf und kann sich regenerieren oder man überlebt einen Kampf nicht und dann ist Willenskraft eh... egal. Und was ich hier schon ein wenig von Rissusia sagen im Gegensatz zu dem jetzigen, was beim normalen WoW der Fall ist, dass man mit den Docks kritisch treffen kann. Das fehlt mir echt. Warum hat sich das hier umgestellt? Kann ich mal erzählen. Oh, 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 oh. Der ist mein letzter, den brauche ich dir. Der Druide hat ja schon so doof geguckt. Das ist mein letzter, dann bin ich einfach fertig. Kannst hier machen, was du willst. Ah, widerstanden. Leck mich. Er macht mich. Wenigens hat er geholfen. Okay, haben wir das erledigt. Dann muss ich mal kurz gucken. Ach ja, einen, einen ... Einen Teer brauchen wir noch. Oder der hier. Level 52. Ein Set. Das kenne ich gar nicht. Kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Das hier mal was gesehen zu haben. Schwere Rüstung. Ich meine, ich habe Jäger gespielt, die konnten hier am Ende schwere Rüstung tragen, aber an dieses Set kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Was lädt immer noch auf? Ach komm, ein Teer. Kann ja auch nicht so schwer sein hier. Wahrscheinlich muss ich jetzt nur 20 Viecher töten, wenn man hier einen Teer bekommt. Wo ist mein Dämonisch? Wo der hinten ist? Der macht völlig Urlaubsweise. Ich glaube, der ist demens. Oder er sagt demens. Das ist ja nicht normal. Das geht mir den Teer her, verdammt. Alter, rast du hier gleich aus. Gleich ist hier Feierabend. Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf. Ach, meine Mungi, gleich wieder drauf. Ach, ich gehe gleich mal wieder drauf. Jetzt dropp mir diesen verdammten Kack-Teer da, Alter. Echt Hammer. Ich möchte jetzt nicht regenerieren für ein Teer. Alter, mein Dämonisch. Er hockt jetzt im Wasser fest. Boah, immer noch nicht. Fick dich, Spiel. Fick dich ganz tief in deine Bits. Na gut, dann regenerieren wir eben nochmal wegen einem Teer, der seit 8 Jahren nicht droppen will. Ah, jei, 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 jei. Da machst du nix, außer dich beschweren. Und rumfluchen, in die Tastatur beißen, in die Maus gegenüber und schmeißen, in die Monitors und Fenster. So. Mein Dämon kann natürlich auch nur ein bisschen auf die Regulation vertragen. So, ich hoffe mal. Ich werde hier gleich mal auch fertig. Jemand loscht auf Zugfahrer. Nee, aber mit der Marke würde ich mitkommen. Und das ist von Level 47. Ach so, der hat immer noch kein Teer getroppt. Na, alter, 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 alter. Ich werde hier aus der Kmenteke. Nieser, alter, alter, alter. Ja, alter, 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 alter. Nieser, alter, 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 alter. Ob zu fuck oder hol der Mann, ist eigentlich egal. Es sind ja ungefähr die gleichen Level. Hat immer noch kein Tear getroppt. Ich wollte schon zurück klatschen. Ich klatsche eh in die falsche Richtung, ne? Ah ne, doch nicht. Das wäre dann die richtige Richtung. Hey komm, jetzt muss hier doch einer mal Tear droppen. Das ist ja schon nicht mehr ertragbar hier. Komm, du machst es jetzt. Du bist der King. Du bist der Beste. Du hast jetzt hier Tear für mich. Da hat es mal wieder kurz geleckt, weil der Tear für mich nicht hat. Alter, das Spiel will mich jetzt echt ficken. Weißt du, 20 kriege ich eine für 11 Tear und dann brauchst du noch 20 kriege ich eine für 1 Tear. Das ist so ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das war ziemlich schlechter, über den ich nicht lachen kann. Wenn man gar nicht lachen will, selbst wenn ich könnte, dann würde ich mir nur lachen voll verkneifen. Komm, fahrrad, komm, gib mir Tear. Fahrrad, komm, gib mir Tear. Alter. Das ist aber gar nicht mehr lustig. Seit 10 Minuten bin ich hier wegen 1 Tear dran. Das ist so ein Witz. Warum leckt das hier? Warum witzel das? Ich spiele aber viel zu sehr im Gebrechen-Style. Das habe ich zu lange gespielt. Das ist einfach Gewohnheit jetzt. Ich muss mehr Schatten und Blitze raus. Ja, kommt direkt zu mir. Du hast so einen Arsch offen. Mein Dämon macht natürlich wieder nichts, außer Kacke. Ja, und dann mal direkt den Nächsten. Vielen Dank. Für nichts. Und wie, der hat kein Tear. Er hat kein Tear. Ist das denn so schwer, mir ein Tear zu geben. Jetzt schlägt man den Mund da wieder blöd rum, nur wenn er in einer kleinen Anhöhe ist. Das ist auch ein Witz, ist das nicht. Die KI hier kann doch nicht anders sein, als beim Originalspiel von den Dingen. Der muss noch einen Tag, und wenn da eine Anhöhe ist, das ist echt ein Witz. Das ist doch ein Witz. Der hat wohl auch mal Höchsteisen, Mann. So, wo muss ich den Tear eigentlich noch abgeben? Tear, 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 Superkleber da. So, jetzt haben wir hier daraus, dass wir uns zwei Quests abgeben. Und zwar einmal hier. Und mehr hier bei Mario. Deswegen die rote Kleidung. Und der andere ist Luigi. Der ist grün gekleidet. Da muss ich noch mal hinwegen. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. So, eben war das mit den Flugsauriern. Und kriegen wir von Scheiße. Und dann haben wir noch drei Quests hier drin. Ah, da muss ich nach Tanaris fliegen, von außen nach Ratchet. Und dann weiß ich ja nicht, was ich mache. Das entscheide ich dann mal ganz spontan. So, wenn ich die Quests abgeben, kann ich ja mal ein bisschen regenerieren. Ey. 5000 nur. Ja, interessant, ne. Ich bin ja nicht so interessant, den 5000 zu kriegen. Schönen guten Tag. 8000 wären besser gewesen. Man sieht sich. Ja, man sieht sich bestimmt. Es ist Freude, euch zu sehen. Die Sache, verstehe, entspricht demnächst mit J.D. Colley. Wo finde ich den? Achso, der muss erst mal... Achso, ja. Den Korb hinter? Hoch. Seid ihr aber groß. Warum kann ich die Quests jetzt nicht beher... Ja, das macht Sinn. Ja, hast du das jetzt verstanden? Kriege ich jetzt ein Handbuch dafür? Ja, danke. Danke. Du bist dann dein Schiff. Hat 750 da für nur oder nicht eine Minute warten muss, also, aber... Das ist ja mal... Ja, behermlich. Hm, interessant. Sehr gut. Hm, 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 hm. Ich halte das sehr gut. So. Wie war das nochmal? G'belein, zähnertig, Ploon. Gelb. Ploon hat's bisschen gelbe. Und grüne. Gelb und grün. Na? Aha, aha, aha. Aha, aha. Der östliche... Blaue, gelbe und grüne. Der macht den... Gelbe, rote und grün. Ah, drei Stück immer. Genau, genau. Ich war jetzt kurz verbiere. Der blau, gelb und grün. Hm, 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 hm. Und der rot, grün und blau. Okay. Haben wir das Auge geklärt, dann können wir hier raus. Das Handbuch behalte ich mal kurzfristig. Wo lauf ich denn hier lang? Als wenn man hier nicht richtig in der Hölle auf den Weg guckt, wegen den ganzen hellen Scheinen hier in verschiedenen Farben, ist man dann schon mal... kann man schon mal irgendwie falsch abbiegen. Obwohl es eigentlich ein lineerer Weg ist, aber es gibt ja so ein paar... Ausfüllungen, wo man reinfallen kann oder so. Und, äh... Da sollte man doch kurz immer auf den Minimab gucken. Hier laufen eben auch immer erst gerne gerade aus, so. Wenn man die Wand nicht so gut erkennen darf, dann gut. Hier müssen wir uns raus. Und dann habe ich jetzt, äh, nur noch den Superkleber. Ne? Ja. Okay, okay. 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 Ne, hier oben war der Flugmeister. Vorgehen wir mal nochmal. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Zeit ist Geld. Ja, Zeit ist Geld. Erstmal den ganzen Krampf hier. Wichtet. Keine Sau. Das war auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch wenn da vielleicht der ein oder andere Kraut jetzt, äh, ein bisschen, ein paar Cent gebracht hat. Immer. Da scheiße ich drauf. Jetzt kriegt mein Epic Mount ja eh beinahe für fast ganz umsonst und sofort. Äh, instant, fast für 60. Beinahe. Zeit ist Geld. So, wir müssen nach Tenaris und dann nach, nach Ratchet. Und das wird beides leider nicht reichen, um... Um... Auf Level 53 zu kommen. Deswegen, wenn ich, äh, denke ich... Ach, ich hätte die eine Quest hier nur machen sollen. Hier die. Oh, da war ich doch fast im Süden. Das müsste ungefähr hier sein. In dem Gebiet. Hier ist das Insektengebiet. Und da muss, äh... Oh, ich war ja schon hier irgendwo. Oh, dann wäre ich da mal runtergeritten. Ach, das ist dann wieder so ein weiter Weg, wenn ich wieder hier bin. Wie viel von den Kristalltag eigentlich noch? Vier und sieben. Okay. Und wenn ich dann in sieben bin, kann ich auch eigentlich das machen. Hm. Okay. Ja, gut.